Ah, bevor wir mit dem negativen Thema reden, noch etwas Positives. Hier seht ihr Shiro in einem Karton. So, das war dann wohl genügend Positivität für die nächsten zwei Monate, also bitte beschwert euch nicht. In dem Video hier möchte ich über einige Themen reden, die mir auf dem Herzen liegen. Ich bin gespannt, weil es ja Tierquäler ist. Unter anderem thematisiere ich, ob meinerseits in letzter Zeit zu viele Videos über Tierquäler erschienen sind. Des Weiteren übe ich aber selber noch ein wenig Kritik an mir, was diese Videos an... Also ich muss sagen, rein von... Rein von der Masse her, diesen Tierquäler-Videos, könnte man vielleicht sagen, ja, das ist schon ganz schön viel. Man muss aber auch sagen, das ist ein Thema, was ja auch irgendwo wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht. Dementsprechend, finde ich, gibt es da gar nicht so krass zu viel. Ich finde das eigentlich relativ gut und einige Kanäle sind jetzt auch schon gewarnt. Und wie zum Beispiel der eine YouTuber, über den ich das Video gemacht habe, dieser The Crusher, der hat auch direkt sein Video gelöscht, weißt du? Von daher ist es ja schon mal gar nicht so schlecht. Also das heißt, es passiert eventuell schon was, wenn man darauf aufmerksam macht. Das ist gar nicht so verkehrt. Aber ebenso an euch. Anschließend möchte ich nochmal genau auf die allgemeine Situation Tierquäler auf YouTube eingehen und abwägen, inwiefern man die Plattform bei dieser Situation in die Verantwortung ziehen kann, um schlussendlich zu einem Fazit zu kommen. Falls euch irgendeins dieser Themen nicht jucken sollte oder euch zu lang wird, packe ich euch Timestamps in die Beschreibung, damit ihr den Part skippen könnt. Feuer. Kamen in letzter Zeit zu viele Videos über Tierquäler. Um die Frage nicht komplett aus meiner Sicht zu beantworten, habe ich einige Leute angeschrieben, um sie nach ihrer Sicht zu fragen. Unter anderem sogar Cubesview, dessen Haupt-Internet-Präsenz förmlich daraus besteht, mit mir zu meckern. Erstmal, wie viele Videos dieser Art kamen. Also mich hat er nicht gefragt, das kann ich schon mal sagen. Asche auf dein Haupt. Nero, Asche auf dein Haupt, Bruder. Kam denn überhaupt. Seit meinem ersten, inklusive dem, habe ich insgesamt neun Videos hochgeladen, von denen drei direkt um Tierquäler gingen. Eins befasst sich mit einem Strike, den ich wegen so einem Video bekommen habe. Und ein weiteres geht zwar um Tiere, aber nicht direkt um Tierquälerei. Wenn man das so sieht, sind das 33% der Videos. Das hört sich zwar nicht viel an, wirkt aber dann doch durch die Topic Spin-Offs relativ viel. Ich kann den Gedanken auch voll nachvollziehen. Ein paar Mal habe ich in den Kommentaren gelesen, dass es dann doch langsam etwas zu viel wird, selbst wenn das nur vereinzelt der Fall ist. Aber sagen wir mal so, was bietet denn mehr Mehrwert? Ein Video, in dem ich anfange, über Rebecca Wing zu ramentern, oder eins, in dem ich auf einen Tierquäler aufmerksam mache? Ja, fühle ich. Zumal auch, ich muss auch einfach sagen, mittlerweile ist es ja übel langweilig auf YouTube. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Aber mittlerweile, also das ist bei mir gerade ein ganz großes Problem. Und ich weiß nicht, an alle YouTuber da draußen, die das auch machen. Ich habe irgendwie keine Motivation, momentan ein Video aufzunehmen. Ich war noch nie so inaktiv wie jetzt, außer vielleicht beim Dezember, da war ich auch relativ inaktiv. Aber mittlerweile ist es so, ich habe einfach momentan wirklich nicht die Motivation, mich hinzusetzen und ein Video zu machen. Also gestern saß ich, glaube ich, war es gestern oder vorgestern, saß ich dran und dachte mir so, weißt du was, ich mache jetzt ein Video. Habe mich hingesetzt, habe mir Sachen rausgeschrieben und was war dann das Ende vom Lied bei der Hälfte ungefähr, als ich das schon rausgeschrieben habe, habe ich mir so gedacht, ach, weißt du was, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich muss das fühlen, das Thema und ich habe es absolut gar nicht gefühlt. Es ist alles andere als unwichtig, YouTubern auch mal auf die Finger zu hauen, wenn sie seltsame Videos machen oder ihre Community bambuseln. Und solche Videos werden auch noch sehr oft kommen. Es ist und bleibt mein Hauptcontent. Aber setz das mal in Relation damit. Jemanden hochzunehmen, der im großen Stil sein Geld damit verdient, Tiere vor der Kamera zu quälen. Mein erstes Video zu diesem Katzenrettungstypen ist ja wirklich viral gegangen und danach habe ich ja angefangen, diese Videos regelmäßiger zu machen. Da kommt natürlich ein Gedanke auf. Mache ich das nur wegen den Klicks? Sertis, grüß dich Bruder, schön, dass du da bist. Diesen Eindruck hatte auch KuchenTV zuerst, als ich ihn nach seiner Meinung gefragt habe. Danke Stimme, ich sag's mal so. Natürlich will ich, dass meine Videos angeschaut werden. Warum sollte ich die sonst hochladen? Man muss auch sagen, die bekommen zwar gut Klicks, aber ich würde jetzt sagen, nicht machen die wirklich viel, viel mehr. Weil guck mal hier, YouTuber quält Tiere. Das hat 137.000 Klicks. Das hier ist was ganz anderes, hat 120.000 Klicks. Böhmermann hat 190.000 Klicks, muss man auch so sehen. Es reiht sich mit ein, hat zwar gute Klicks, aber jetzt nicht so, das hebt sich jetzt nicht so von der Masse ab. Nein, das erste Video hat nur so viele Aufrufe, weil unter anderem Monte, Rewi, Vic und was weiß ich, wer darauf reagiert hat. Das Ding ist aber, dass meine Videos vorher auch Klicks gemacht haben und Leute haben darauf reagiert. Die drei Videos davor haben zwischen 190.000 und 250.000 Aufrufen. Das ist sogar teilweise mehr als meine Tiervideos. Ebenso das Video über Böhmermann hat auch 190k. Ich brauche dieses Thema nicht, um Klicks zu ziehen. Das mache ich ehrlich gesagt auch so, weil ich einfach eine verdammt starke Community habe. Grüße gehen an der Stelle übrigens mal raus. Wenn ich doch nur komplett auf die Klicks auswehre. Warum stürze ich mich dann nicht auf aktuelle Themen, wie zum Beispiel den Beef zwischen Mimi, Leon Machère und Unge? Ganz einfach. Weil ich auf dieses Thema gerade keinen Bock habe. Deswegen mache ich es nicht. Im Gegensatz zu den Tierquäler-Videos. Ich muss sagen, die fühle ich zur Zeit halt einfach komplett. Die machen mir neben den Videos, in denen ich diese Fakten-YouTuber-Fake-Checke, noch mit am meisten Spaß. Muss ich aber sagen, finde ich auch am spannendsten. Also jetzt nicht nur, was das Zuschauen anbelangt, sondern diese Videos, wo es auch so um diese Tierquälerei geht. Ich persönlich habe ja auch schon das ein oder andere Video dazu gemacht. Und ich finde das auch von der Recherche am spannendsten. Und man weiß, man macht etwas gegen so jemand. Also das hat auch noch irgendwo einen Nutzen. Weißt du, es gibt dann ja auch wieder so YouTuber, Rebecca Wink, Bonnie Trash. Es ist auch klar, dass das den eh nicht juckt, wenn man die kritisiert. Aber wenn man jemanden kritisiert, wegen Tierquälerei, und man sagt dann hier, geht mal rüber und meldet den, weil das geht gar nicht, was da los ist. Ganz ehrlich, dann habe ich so ein Thema halt lieber. Muss man immer so sagen. Und das hört sich irgendwie dumm an, weil es nicht wirklich ein schönes Thema ist und die Videos anzuschauen auch nicht schön ist. Aber es fühlt sich halt einfach richtig an, diese Leute hochzunehmen. Vor allem, ich erreiche auch noch was mit den Videos. Das Thema wird öffentlich in den Fokus gerückt. Andere YouTuber wie Baku, Alpha Kevin und noch viele mehr fangen an, sich damit zu beschäftigen. Außerdem wird das in den Reaction-Streams auch noch thematisiert. Diese YouTube-Kanäle bekommen mal ein anderes... Cool, ich war mit im Video. Das ist doch auch mal was ganz Feines. Ich nehme meine Katze hoch. Ja, ich kann auch meine Katze mit hoch. Das könnte ich eigentlich machen. Das könnte ich auch machen. Das Publikum als ihr eigenes, von denen der Content eben nicht einfach nur so geschluckt wird. Leute, schreibt mal rein, habt ihr eine Katze oder habt ihr einen Hund? Man gibt doch allem, was man kritisiert, Aufmerksamkeit. Soll man deswegen aufhören, Dinge zu kritisieren? Das ist genau der falsche Denkansatz, den man nicht haben sollte. Wegschauen bringt nichts voran. Zudem hast du mir ja noch einen Vorschlag gemacht, über Annika Weitholz zu sprechen, was übrigens schon längst passiert ist. Mach die Döppen auf, Kollege. Aber geht man nach deiner Logik. Gebe ich ihr, beziehungsweise ihm, damit doch auch Aufmerksamkeit, was de facto die Intention hinter dem gesamten Kanal ist. Im Endeffekt entspricht das dann ja komplett dem, was du kritisiert hast. Merkst du selber, oder? Auch wenn die zwei Punkte jetzt vielleicht nicht so gut waren, führt er auch noch Dinge auf, die valide sind und wir gleich auch noch besprechen werden oder schon längst besprochen haben. Mich interessiert eure Meinung. Ich verlinke in der Beschreibung ein Straw Paul, stimmt da mal gerne ab. Wer sich jetzt fragt, warum ich keine YouTube-Umfrage mache, naja, das hatte ich eigentlich vor, aber YouTube sagt halt nö. Kommen wir zum nächsten Thema. Kritik an mir, von mir. Mir sind trotz, dass diese Videos mehr als berechtigt sind, einige Punkte aufgefallen, die es dann doch noch zu kritisieren gibt. Das erste, was ich mich da frage, bin ich eigentlich zu blöd, einen Eimer Wasser auszukippen? Versuche ich mit Essstäbchen mir die Schuhe zu binden? Ich blende ja ganz gerne Trigger-Warnungen ein, für Leute, die zu zart beseitigt sind, um die derberen Bilder zu sehen. Ist ja auch schön und gut, aber wenn ich das schon mache, sollte ich nicht 10 Sekunden später einen Screenshot davon einblenden. Ne? Alleine beim ersten Video über Barto. Ich? Jo, Jungs. Schaut jetzt mal für 10 Sekunden weg. Oh nein. Ne, gut, gut. Ich dachte, er zeigt jetzt irgendein Bild von der Tierquälerei. Ich wollte jetzt hier nicht, dass das auf Twitch unbedingt dann nicht. Wäre ja jetzt nicht ganz so gut gewesen. Tobias, ich grüß dich. Man Trigger-Warnungen auf Wish bestellt. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte, die ich verbessern sollte, damit auch Leute, die sowas nicht so gut abkönnen, darüber informiert werden, ohne sich zu überschlagen. Des Weiteren sollte ich überlegen, wie ich diese Videos in Zukunft mache. Es ist ein ernstes Thema, klar. Aber zwischendurch sollte ich dann doch dafür sorgen, dass die Videos weniger trocken und düster wirken und mehr Humor einbringen, gerade damit es nicht in einem langweiligen Einheitsbrei endet, für den sich dann hinterher niemand mehr interessiert. Ich darf das Thema halt einfach nicht kaputt reden. Die Frage ist halt nur, wie mache ich das? Ich muss abwägen, inwiefern ich dafür sorgen kann, dass die Videos mit mehr Humor aufgewertet werden, ohne das Thema dabei komplett ins Lächerliche zu ziehen. Aber auch im Generellen sollte ich für mehr... Es ist halt immer... Also das finde ich persönlich auch immer schwierig und das habe ich auch selber gemerkt. Wenn du ein ernstes Thema nimmst, jetzt zeichst du ein Tierquäler-Video, es ist schwierig, Humor mit reinzubringen. Weil du ziehst immer... Oder irgendjemand sieht das immer so, als würdest du es ins Lächerliche ziehen und du willst dann nicht dastehen, als derjenige, der Tierquälerei lustig findet oder so. Ja, lustige Momente in meinen Videos sorgen. Ist halt auch etwas schwierig, wenn man chronisch so viel Humor hat, wie Thorsten nach dem sechsten Bier am Stammtisch. Aber das klappt schon irgendwie. Diesen Kritikpunkt habe ich übrigens auch so von Cube bestätigt bekommen. Außerdem fällt mir im Generellen auf, dass meine Videotitel vielleicht in letzter Zeit so das ein oder andere Mal etwas reißerischer wirken. Zwar noch im Rahmen, der legitim ist, aber trotzdem sollte ich aufpassen. Gerade der Titel meines letzten Videos wirkt so, als würde euch anbrüllen wollen. Damals habe ich Caps halt noch kritisiert und jetzt verwende ich es tatsächlich selber häufiger. Doppelmoral? Fragezeichen? Nun ja, mit... Naja, ich finde, er übertreibt es jetzt nicht zu. Ich meine, guckt euch das mal an. Hier mal verzweifeln. Brain Time. Hier gar nichts. Ist Katzen, Kamera fällt gar nicht so krass auf. Olympiade ist in Ordnung. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Mittlerweile finde ich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so schlimm, solange man es nicht komplett übertreibt. Mit dem letzten Titel war ich da schon wirklich knapp an der Grenze, aber mal ehrlich, es gibt Schlimmeres auf YouTube. Trotzdem wollte ich das nochmal angesprochen haben. Falls ihr der Ansicht seid, dass ich es mal komplett mit dem Titel übertrieben habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Der letzte Punkt dient als Überleitung ins nächste Thema. Ich habe euch scheinbar nicht richtig vermittelt, wie ihr am besten damit umgehen solltet. Das führt dann zu einigen, gelinde gesagt, schwierigen Kommentaren und dazu kommen wir jetzt. Kritik an euch. Ihr wisst, ich liebe euch. Ihr seid eine tolle Community, die immer am Start ist und hart rein supportet. Ihr seid klicktechnisch übel stark. Ihr schreibt unnormal viele Kommentare. Ihr überrennt Kanäle, die ich pushe. Ich meine aus Bakus 700... Also hier muss ich auch sagen, unfassbar krass, dass Baku durch ein Video 8000 Abonnenden dazu bekommen hat. Also das ist wirklich, das ist ein anderes Level. Da muss ich auch sagen, die Community von Chasnero ist heftig und ganz ehrlich supportender als bei CoNTV. Auch wenn man bei CoNTV, klar, er hat viele Zuschauer, aber der hat auch viele Zuschauer von sonst irgendwo her. Ich finde Chasnero, da sind so trotzdem noch eine gewisse Zuschauergruppe hat er. Und die auch oft auf YouTube am Start sind und die viel generell auf YouTube unterwegs sind und dann supporten die untereinander auch mehr. Das finde ich halt echt krass und dass man das bei für eine Erwähnung 8000 Abonnenten bekommt, ist halt anders heftig und das gönne ich auch Baku extrem. Inga hey. Abonnenten wurden innerhalb von fast einem Tag 10.000. Absolute Ehre. Ich bin, was das angeht, wirklich unfassbar stolz auf euch. Ich liebe es auch, Kommentare zu lesen, aber bei manchen... Eieiei. Auch wenn das jetzt der aller, aller, aller kleinste Teil ist, der das macht, was ich gleich bespreche, muss es trotzdem angemerkt werden. Ich weiß, ihr seid wütend, aber das rechtfertigt in keinster Weise solche Dinger hier. Das geht nicht. Hört. Eine Idee, ihnen führen eine Ecke irgendwo an... Das, was man den Tieren eingezogen hat, sollte man den Leuten zurückgeben. Solche Menschen gehören. Auf damit. Falls ihr sowas in den Kommentaren sehen solltet, könnt ihr die Verfasser freundlich darauf hinweisen, das doch bitte zu unterlassen. Wie gesagt, ich verstehe eure Wut, aber bitte bleibt doch in einem Raum, der für euch nicht strafrechtlich relevant werden könnte. Solche Kommentare hier hingegen finde ich deutlich besser. Grüße gehen an der Stelle übrigens an Norio raus, der immer halbe Bücher verfasst, wenn er einen Kommentar schreibt. Feier ich. Geht übrigens auch, wenn ihr unter den Videos von den jeweiligen YouTubern kommentiert. Achtet bitte darauf, was ihr schreibt. Ich kann euch nicht verbieten, auch mal etwas derber in der Wortwahl zu werden, wenn ihr Bock auf Fackeln und Heugabeln habt. Dann ist das so. Aber lasst doch bitte die Kirche im Dorf und bleibt auf einer Ebene, die man... Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Benzin ins Feuer gießen und das Ganze noch mehr explodieren lassen. Jetzt muss man erst richtig scheiß Kommentar raushauen. Also let's go. Ihr müsst überlegen, dass es im Endeffekt auf euch und auf mich zurückfällt. Leute lesen dann diese Kommentare und denken sich, Alter, was hat dieser Just Neuron da für eine Community? Feuer mit Feuer bekämpfen ist outdated. Denkt mal drüber nach. Vorletztes Thema für heute, das generelle Problem Tierquäler auf YouTube und inwiefern kann YouTube etwas dafür? Das wird vielleicht einige von euch wundern, aber an der Stelle muss ich wirklich mal eine Lanze für YouTube brechen. Per se ist es wahrscheinlich nicht möglich, diesen Content komplett von der Plattform zu banischen. Bei der schieren Masse an Videos ist es unmöglich, alles auf dem Schirm zu haben. Den Fehler solltet ihr also nicht unbedingt bei YouTube suchen. Wenn man anfangen würde, Vorsichtsmaßnahmen zu tätigen, um diese Videos präventiv... Aber jetzt mittlerweile... Ich weiß auch nicht, ich finde jetzt mittlerweile... Kann man schon öfter schauen, weil mittlerweile muss man ja ein Video, sage ich mal, zur Monetarisierung freigeben. Das heißt, YouTube überprüft, ob das Video monetarisierbar ist, also ob es werbefreundlich ist. Und wenn die das manuell prüfen, dann müssen die ja selber erstmal schauen, was passiert im Video oder so ungefähr, so was sagt der, wie ist sein Redensort oder was passiert im Video. Und wenn da dann irgendwelche Tierquälerei-Sachen sind, dann muss man schon irgendwie im Kopf haben, ah, gibt es da noch mehr auf dem Kanal und dann muss der Kanal ganz klar gelöscht werden. Meines Erachtens. Zu verhindern, ist von vornherein klar, was dann passieren würde. Bots machen Fehler. Und diese Fehler würden sich höchstwahrscheinlich im Endeffekt auf unschuldige Creator auswirken. Das kennen wir ja, ne? Wenn YouTube dann mal einen Fehler vorgelegt bekommt, wie im Falle von Bato, wird der Kanal auch ganz schnell mal gesperrt. Aber damit sich YouTube überhaupt dieser Themen annimmt, muss man halt dafür sorgen, dass sie publik gehen. Und wie sorgt man am besten dafür? Richtig. Videos drüber machen. Den Leuten wird bewusst, dass sowas auf YouTube existiert und sie kontaktieren die Plattform dann mit den Misständen. Auch außerhalb von YouTube machen diese Themen die Runde und durch den Druck, der auf verschiedenen Social Medias ausgeübt wird, passiert dann auch hoffentlich was. Wenn YouTube aber in Kenntnis über diese Kanäle ist und trotzdem nichts unternimmt, sieht die Sache wieder so ein wenig anders aus. Das kann man denen auf jeden Fall dann angreifen. Über die Sperrung meines ersten Videos zu dem Thema brauchen wir ja überhaupt nicht reden. Es geht nicht, Videos, die sich dagegen aussprechen zu sperren. Den Fehler hat die Plattform anscheinend ja auch selber eingesehen. Zu guter Letzt, mein Fazit. Dieses Thema ist schwierig. Ich halte es für wichtig und richtig, dass nochmal YouTuber anfangen darüber zu sprechen und nur so kann im Endeffekt dann was bewirkt werden. Ich bin aber kein Freund davon, YouTubern irgendwo finanziell zu schaden. Das sollte man generell nicht machen. Wie Stay schon richtig gesagt hat, es shiftet alles gerade so ein wenig in die Richtung, dass man sogar Sponsoren anfängt anzuschreiben. Das geht überhaupt nicht. Vor allem nicht aus dem Grund, dass man vielleicht eine andere Meinung hat wie die Person. Aber wir reden hier von Leuten, die ihr Geld damit verdienen, Tierenleid zuzufügen. Damit sollte man erst gar kein Geld verdienen können. Meiner Meinung nach ist es in jedem Fall absolut vertretbar, diese Kanäle löschen zu lassen. Es handelt sich dabei ja nicht gerade um Lappalien. Ich meine, es steht sogar klipp und klar in den Richtlinien, dass solche Inhalte auf der Plattform nicht geduldet werden. Und diejenigen wissen das auch. Nicht umsonst spreaden sie ihren Content auf teilweise zehn verschiedenen Kanälen. Abschließend gilt zu sagen, bleibt human und strengt euren Denkapparat selber an. Also muss ich da erstmal sagen, das Video hat mir sehr gut gefallen, hat mich auch wirklich entertained. Wie gesagt, vor der Kamera ist dann auch noch was anderes, wobei er kann das echt gut visualisieren, also macht es schon Spaß, so ein Video anzugucken. Ist halt eher was, also ich persönlich muss ehrlich sagen, bei Chasnero, den gönne ich mir lieber, wenn ich so ein bisschen zocke oder so nebenbei, als dass ich jetzt immer drauf reakte, aber ich finde das Thema ist spannend. Ich fand, er hat es gut rübergebracht und auf jeden Fall gibt es da ein Like und man merkt halt auch, dass seine Community extrem krass am Start ist. 78.000 Aufrufe, 13.000 Likes, das ist unfassbar krass. Das ist wirklich unfassbar krass. Okay. Doe. Und das ist ruining Meist believed 어떻게 wenn señor Qué Aut วก mein